Pansi, Pansi, Platten. Ich bin einfach auf den ganzen Squad reingelaufen. Ich bin einfach auf den ganzen Squad reingelaufen. da war nur eine ich kann nicht markieren ich komme noch zwei Leute alle drei mit der Pistole das ist ein guter Callout ich mach aber Platten ja da ist einer noch ich muss kurz Platten holen ja wo wo nein nein bitte Jungs nein ich habe mich selber gesetzt da ist direkt rechts glaube ich ja 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 da ist es wirklich Feindliche Drohne Feindliche Drohne Feindliche Kontra Drohne Da la 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 Beim Waffen Ist bei euch jemand Ist der Waffe laufen? Ja, er ist rausgenommen Bei mir ist jemand Nein, beim Berg Keine Ahnung wo der Name kam, ich wüsste Wo ist der Berg? Ja, der ist bei mir oh mein gott wo er weiß es ist so op ehrlich man hebt nie auf aber man sollte es echt noch drohne das ist für eine scheiße ja geil ich werde kommen und seid geholt ich habe einfach keine muni mehr ich hab zwei mit konadern geholt aber schon wieder der wartet da glaube ich ganz macht gar keinen spaß nein oh mein gott was ein turn on ich komme einen zu euch nirgends bei mir erstmal eine waffe was geht ab ich habe 15 kills und diese und gewinnen da wo du vorhin gestorben ist diese richtung also weiter als diese mein gott alter über uns über uns über uns aber es ist bei mir danach ist so ich verstehe es echt nicht schwer die ganze zeit hier laut hast du pump muni oder warte hier ist muni ich habe 17 kills jetzt war da wenn wir diese runde gewinnen das ältere kraft in mich ich habe auch noch keine bitte kommt Momentum ich sag dem Momentum doch ich hab's doch gerade gesagt aber da war noch einer da war noch einer ich glaub da war noch einer ich glaub da war noch einer Jungs von den Kitsch wo 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 laut komm hier rein noch 10 Kitsch ich hab Jungs ich weiß ich glaub nicht nein nein ich komm weg das ist das ist der ist wo 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 oh shit ich brauch Munitionskitschiff mit dem Granatmesser oh mein Gott ich dachte grad hier ist Munikiste du wirst du mir die ich bin oben oben ich bin unten das Gas kommt leer ich hab Bomben drin aber ich will nicht riskieren das ich hab so viel Geld ich auch ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm Zeit überhaupt loben loben ich geh wieder runter kurz wegen meinem Loot ich glaub da sind ich glaub da sind welche da müssen welche sind der Feind springt über dem Gebiet ab auf den Himmel kann 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 ja kann es gibt es keine Munikiste gibt da sind wir auch Jungs Jungs deck mich bitte ich mach meine Bomben drohne vor allem jetzt das ist das Reboot aus ah hier ist einer oh mein Gott lau und ich hab die grad so bestellt nein 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 der ist noch da das ist schon nichts ah es können wieder einstecken nein 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 schade man 23 kills oh mein Gott man 23 kills ey wenn wir zu viert dann hätten wir die Wunder so gewonnen man 23 kills aber wir hätten wenigstens gewonnen ey was passiert wenn du nix das ist das ist